Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mars waren vor militärischer Eskalation im Nahen und Mittleren Osten. Die Lage sei hochbrisant und außerordentlich ernst, sagte der Bundesaußenminister nach Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten Rouhani und Außenminister Sarif in Teheran. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen dem Iran und den USA verschärft. Werte Union für Urwahl des Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Angesichts der verheerenden Umfragewerte fordere der konservative Flügel der Union eine Abstimmung der Parteimitglieder, so der Vorsitzende Mitch in der Zeitung Die Welt. Er kündigte dazu eine Initiative an. Evangelische Kirche will Vorbeugung von sexuellem Missbrauch verstärken. Dazu wollen Theologen in Hannover heute einen Elf-Punkte-Plan gegen sexualisierte Gewalt vorlegen. In der evangelischen Kirche sind derzeit etwa 600 Fälle von Missbrauch bekannt, die meist Jahrzehnte zurückliegen. Betroffen sind v.a. ehemalige Heimkinder. ICE-Strecke Hannover-Göttingen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Bahnreisende zwischen Nord- und Süddeutschland müssen sich von heute an auf eine 30 bis 45 Minuten längere Fahrt einstellen. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Unwetter über den Südosten Deutschlands hinweggezogen. In Bayern fielen Hagelkörner in der Größe von Golfbällen. Starkregen setzte Straßen und Keller unter Wasser. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In der Region Berlin-Brandenburg wurden um die 10.000 Blitze gezählt. Heute werden erneut Unwetter erwartet. Und damit zum Wetter heute in der Westhälfte überwiegend stark bewölkt. Mit Schauern vereinzelt auch Gewitter. In der Osthälfte zum Teil sonnig, örtlich Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte 14 bis 33 Grad. Höchstwerte 14 bis 34 Grad.